Jennifer Lopez, Weihnachten in Familie und ein neuer Song mit DJ Khaled Jennifer Lopez wird bald einen neuen Song veröffentlichen und hat sich dafür prominente Unterstützung geholt. Anscheinend geht es heutzutage nicht mehr anders, um Aufmerksamkeit für neue Veröffentlichungen zu kriegen. Die 48-Jährige, nur 1,68 m kleine Sängerin und Schauspielerin hat sich offenbar mit Shootingstar DJ Khaled und auch Überfliegerin Kadibé zusammengetan. Khaled hat seinen Track bereits mit J.Low aufgenommen und dank einer Unterhaltung, die auf Alex Rodricks Instagram live geteilt wurde, wissen wir nun auch von Kadis Beteiligung an dem Projekt. Die US-amerikanische DJ, Baco Papa und Musikproduzent aus Miami teilte Fotos von sich und Jennifer im Studio und schrieb dazu voller Pathos, Ich habe der Ikone Klammer Afrio gesagt, dass ich nicht nur ihre Vision sehe. Ich fühle mich geehrt und dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich zu engagieren. Der Schlüssel dazu ist, deine Größe mit Klarheit und Leidenschaft auszudrücken. Na denn wir dürfen gespannt sein. Einen ersten Taser dazu gibt es jedenfalls schon. Weihnachtsgröße von J. Miss Lopez postete unterdessen ein Foto ihrer Familie, Liebstkindern, Schwester Lünder, Mama Guadalupe und Lofo Alex Rodricks und schrieb dazu, Ich hoffe, alle haben ein friedvolles Weihnachtsfest voller Freude und Gelächter gehabt, umgeben von all ihren Lieben und und allen viel Liebe und gute Wünsche für diese Feuertage geschenkt. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Untertitelung des ZDF, 2020